Guten Morgen, Tag 3 der Challenge. Wie ihr so ein bisschen im Hintergrund seht, ist es immer noch ziemlich kalt draußen. Es ist raureif auf allen Gegenständen. Das Meer wird sich aber nicht verändert haben. Die Temperatur bleibt gleich. Und ich bin mal gespannt, ob gleich die Robbe den selben Tagesablauf hat wie ich. Dann will ich mal los ins Wasser. Bis später. So, da bin ich wieder. Heute war leider die Robbe nicht da, aber ich habe auch die Zeit verkürzt, weil die 15 Minuten von gestern waren doch ein bisschen viel. Da hat der Körper sehr lange gebraucht, um wieder die Kerntemperatur zu kriegen. Ich bin heute mal bei acht Minuten und dann schauen wir wie es mir geht. Und vielleicht kann ich es morgen wieder verlängern. Wie ihr seht, ist das Wetter nicht ganz so schön, aber noch super. Ich denke, heute Nachmittag wird es wieder 11 Grad. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.